Stimmen aus der Tiefe sind meinem Volk nicht fremd, doch dieser strahlende Gesang ist anders. Er ist in ganz Azeroth zu hören. Der Rat weiß nicht, was davon zu halten ist. Irgendjemand muss es wissen. Ich werde berichten, was ich finde. Aleria! Es ist lange her, alte Freundin. Schön, euch zu sehen, Khadgar. Geht's euch gut? So gut, wie man erwarten kann. Und eure Familie? Ich habe... Es ist besser, wenn ich Abstand halte. Ah, natürlich. Die Lehre. Das wäre... Tatsächlich habe ich euch wegen eurer Verbindung zur Lehre hergebeten. Wir wissen immer noch nicht, wozu dieses dunkle Herz fähig ist. Aber wir wissen, wer es in den Händen hat. Die Vorbotin. Wer sie ist oder was sie genau vorhat, bleibt uns ein Rätsel. Daher brauche ich eure Hilfe. Um einen Feind zu finden, über den wir nichts wissen. Ich könnte diese Ablenkung brauchen. Die gute alte Aleria. Ob leere oder nicht. Ich wollte nicht... Bis bald, Khadgar. Mit dem dunklen Herz. Ich bin jetzt immer wieder nicht so mild. Ich bin jetzt ein Feind zufrieden, bis. Untertitelung des ZDF, 2020